Eject, schmach nicht, schmach nicht Stell dich mal vor Ich bin so gespannt, was das heute wird in Lethal A Hallo Hi Jen, was geht? Hallo Dalu Hallo Hallo Hi Hallo Linda Hallo Danke, dass wir uns hier alle versammelt haben heute Ich würde das Schiff gleich starten, damit wir arbeiten können Ja, Captain, mein Captain Aber wie kann man seinen Arsch wackeln lassen? Das geht nicht mehr Das geht nicht mehr, wir haben eine andere Emote-Mod Oh nein Okay, wir gehen rein Was ist denn mit euch los, Alter? Yeah Wir gehen rein, wir gehen rein In Lethal, Lethal, Lethal Wie geht das Spiel nochmal? Ich erkläre Smalu jetzt erstmal das Game Die Aufgabe in diesem Game ist Müll finden Müll ins Schiff bringen und dann verkaufen Verstanden? Ja, ich muss Müll finden Ich habe Tim gefunden Oh mein Gott, hast du nicht gesagt Hallo Tim, komm mit Ja Ich habe mich kurz erschrocken Franzi Demi Demi Franzi Demi Demi Tim, mach's Tim, mach's Oh, Cookie Fumo Oh, wir sollten übrigens den Weg da draußen wieder suchen Das war nämlich nicht kurz und dahinter ist der Brackenraum Hier, hier, Leute, hier Hallo, Dalu Ja, aber ist hier jetzt, boah, hier liegt was Cooles oder hier ist was Tödliches? Nein, hier ist was, hier ist ganz viel Loot, wirklich, guck mal, ich habe das Ja, ja, klar Müssen wir jetzt da rüber? Dalu, hier ist dieser lange Raum, dieser lange Raum, weißt du mit den Ja, ja, genau Ja, genau, hier ist auch was, oh mein Gott, was ist denn hier? Oh mein Gott Da weiß ich also, wo mein Trust Level, wo mein Trust Level liegt Hallo? Was denn? Ist er tot? Ja, komm rüber Ja, komm Weiß ich nicht, er ist weg Ich hab's gehört Dalu? Wo ist der hin? Der ist irgendwo, der ist irgendwo hin Der hat eine Tür geöffnet Komm her, komm her Ich schaff das nicht Doch, 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 doch Sprinten und springen Okay, hier lang Gar nichts ist hier Toll Hier ist wirklich gar nichts, oh mein Gott, Sackgasse Ich glaube, ich habe jetzt schon länger überlebt, als ich je in diesem Spiel überlebt habe Rekord Warum ist hier denn nichts, Franzi? Hier ist immer was Oh Was ist das für Knacken? Oh, 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 oh Da ist Lumi Dalu lebt ja noch Ja, aber wir kommen nicht mehr raus Warum? Warum? Ich muss hier zurückbleiben Hier, nimm alles mit, was ich hab Wir droppen dich was Warte mal, warum kommst du nicht raus? Was redest du? Da ist eine Spinne Ah, warum hast du einen Revolver? Da komm ich leider nicht dran Ja, kann man mal an Ich hab die nicht immer eingeblendet Wo ist die denn? Ich mach sie kaputt Ja, da rüber und dann nach oben Okay Du müsstest selbst herausfinden Ich muss nicht zurück Mein Loot ist weg Was, wo? Da unten Nein, sie ist runtergefallen Oh mein Gott Mit der Waffe, mit der man die Spinne hätte töten können Was machen wir jetzt? Ich bin tot Ich werde an der Spinne niemals vorbeikommen Wir warten einfach Wissen, was passiert? Ist da hinten nichts mehr? Wo ist denn die Spinne? Ja, komm mit Wo ist sie denn? Ja, hier hoch Und dann halt auf die Verspenner Den Weg nach draußen Sonst wäre ich nämlich schon draußen Ich seh sie nicht Ja, die ist auch noch ein Stück weiter Ich bin ja auch gerannt Da ist alles voller Spinnennetze Ich springe Da ist ein Blob Ah! Lumi ist tot! Ja, Tim, jeder für sich Nein, nein, sie wurde geploppt Warte mal, ist er runtergesprungen? Warte mal, Danu Bist du Bist du denn das Wahnsinn, Danu? Oh, da ist der Ausgang Ah! Das war unser Squad Der gegen die Spinne gekämpft hätte Das ist Tierkühlerei Was? Was? Ich seh keiner Warum haben sie die Tür aufgemacht? Mr. Horus Okay, wir gehen rein Ah! Zu mir Folge meiner Stimme Bin ich richtig? Bin ich richtig? Hier, 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 hier Ja, nach links, nach links Gucken, links Hinter dir, hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir Jetzt, ja Ein Tick nach Hey, zu mir Folge meiner Stimme Folge meiner Stimme Boah, die ist überall! Sag links, rechts Ja, geradeaus, geradeaus Ein Tick nach links, geradeaus Ja, 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 ja Oh, hey Oh, los Oh, nice Oh, die Wurzeln ja so geil Oh, nice Oh, mein Gott, BFF Let's go BFF 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 Und J Und T Ich hab'n Begnefein Glas Hallo? Jen ist tot Was los? Ich lebe Ich lebe Ich komme, ich komme Vielleicht kann ich dich retten Kann ich hoch? Wo bist du? Ich bin hier unten Was? Hä? Leute, bitte lass mich nicht suchen Warte mal, wo? Ich bin hier unten Ich bin runtergefallen Jen Siehst du mich? Siehst du? Siehst du? Nein Nein Ich seh' dich nicht Komm, du bist doch einfach runter zu mir Ich hab' sowas noch nie erlebt, Jen Das ist das erste Mal Runter zu mir Komm Komm Okay, warte, warte Wo bist du denn? Also ich bin hier runtergekleidet Äh, hier? Hier, ja Warte Einfach nicht springen, sondern rutschen Ich traue mich, ich traue mich Los, wach jetzt Mann, Jen Hallo Hallo Oh mein Gott, sie baitet alle rein Jen Hallo Hier Guck mal, ich spring sogar Ich seh' dich nicht Warte mal Ey, wenn sie es schafft, noch eine Person reinzubaiten Ah, da, ich seh' dich Ja Hier ist ein Geheimgang Ja, das ist ja super Ja Kommt ihr mit? Willst du den einfach mal lang gehen vielleicht? Nö, ich will das nicht alleine machen Hm, okay Neben mir liegt auch schon der Tim Achso, und was ist, wenn du, ähm, Tim einfach mitnimmst? Ich kann, ich kannst du bitte zu mir runterkommen und mir bitte helfen Ich würd gerne, aber ich kann nicht Also ich komm hier nicht, ich komm hier nicht lang Also du musst ein Stückchen hier rüber und dann musst du einfach runterfallen Oh, das Licht geht gerade aus, Jen Das, ich hör' dich nicht mehr, das ist gerade ganz schwierig Ja, komm schnell Komm, ich hab hier was Süßes Ich weiß, dass Tim sehr süß ist Nimm den einfach selber mit Ich Ich kann da nicht mehr hoch Ey, wie Gandhi schon sagte Wenn du nicht hochkommst, dann geh einfach runter Okay Jen Ich kaufe jetzt Flashlights Warte, was ist das hier? Oh, ich will, ich will mitkommen Ich will, ich will einsteigen Sit down, sit down Okay, let's go Komm, und jetzt gibst du ein Auto auf einmal vor hier? Äh, warte, ich muss erst mal klar Was war das? Das war die Hä? Warum war das so laut? Das war hier, ähm, das Horn, wie nennt man das denn? Die Hupe Die Hupe? Was ist der rote Knopf, Tim? Eject, ich mach nicht, ich mach nicht Stell dich mal vor Ah, okay, das macht der rote Knopf Hä, das startet nicht Du bist in Reverse Also hast du keinen Fahrausweis? Guck mal, Park Reverse Du musst den Vorwärtsgang machen Jesus Christ Park Oh, ähm, ich hasse aber Autofahren Ich bin immer nur Was? Hä? Warum ist das Auto explodiert? Was ist passiert? Dalu darf auf keinen Fall erfahren, was im Auto passiert ist Nein, wir müssen ihn Wir müssen neues kaufen Ja, 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 er muss sich in den Steuerpositionen begeben Und dann Wie wehe, du sagst ihm das Warte mal, ihr habt ein Auto gekauft? Nein, 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 ja, nein Also pass auf, wir müssen das ja auch irgendwie mal Dalu Card heimzahlen Dass wir uns alle mal reinlegen Dalu, komm, komm Okay, bin da Wir warten kurz gemeinsam Dalu, wie war dein Tag? An sich, äh, gut Bin müde Was hast du denn heute gegessen? Äh Chicken Nuggets Oh, ich liebe Chigi Nagi Okay, Dalu, hier, hier, Dalu, Dalu, komm Soll ich einsteigen? Ja, ja, du bist Fahrer Mach du Fahrer Aber dann Ja, was überleben? Wie soll ich denn steuern? Juppie Warte, ich setz mich auch dahin, dann kannst du es auch machen Ähm, warte mal Ne, ne, das kannst du bestimmt auch auf dem Beifahrersitz aktivieren Glaube ich ne Oh, ne, ich will nicht wieder die Luftgeabendung Piep mich in den Himmel Piep mich, ich bin rein Drück den roten Klopf Warte Drei, zwei, eins Juppie Das war lustig Und es hat mir Damage gemacht Aber es war trotzdem lustig Ich will es auch, ich will es auch Okay, bist du bereit? Ja Drei, zwei, eins Hui Oh, oh, oh Wieso bin ich gestorben? Ihr habt mich mal gemerkt Aber Smalu ist gestorben davon Aber Dalu, du musst Du musst die Handbremse lösen, Dalu Hier, guck Reverse Drive Ich hab jetzt auf Drive gestellt Ja, aber wie fahr ich? Du musst den Schlüssel reinmachen Schlüssel Neben der roten Taste Schlüssel rein War kein Quatsch Nein Guck Und jetzt musst du ihn versuchen zu starten Jetzt LOL Wir fahren Ja, aber wo fahren wir hin? Ich seh' ich hab nichts Nein Ich den Hügel Ich den Hügel Ich den Hügel Das überlegen Alles gut Zip, top noch Warte, Tim Ich hab mich Ist das Auto scheiße, Leute Ganz im Ernst Boom Ich hab eventuell zwei Monster mit reingebracht Zwei gleich? Naja, diese zwei Fliegeviecher Hab ich gerade mit reingebracht Und dann sind sie von meinem Kopf runter Und sind die Fliege Checker Oh, ich kann das alles nicht mehr Hey Hey BTS Nein Oh Leute, man muss sich Oh, jetzt war es noch geschafft Oh Gott Ah, das Ding könntest du aufheben Das ist eine Mine Oder so Nee Ich vertraue euch allen hier nicht mehr Das ist ganz schlimm jetzt Ihr Warsch Weil ich das Spiel nicht kenne Warte, was? Das Licht hat geflackert Oh, wir müssen weg Wir müssen weg Wir müssen weg Wo lang? Hier Da nach unten Und ich glaube Hier Er muss reichen Wir haben unseren Part gemacht Wir haben unseren Teil dazu beigetragen Dass wir nicht sterben Richtig Manchmal geht es auch einfach ums Überleben Okay, jetzt ist wirklich aber Hustle Jetzt heißt es Punkte sammeln, okay? Da liegt doch irgendwas Was ist das? Bart? Oh nein Verpiss dich Das ist ein Teleporter Das ist wirklich ein Teleporter Achso Oh, hier ist jetzt Okay Lol Ich wurde geteleportet Ich glaube, das ist ein Teleporter Das war ein Teleporter, Dalu Das habe ich auch gesagt Jeder für sich Jeder für sich Jeder für sich Jeder für sich Ich glaube, der Halu ist tot Du musst sie nur anschreien Dann gehen die weg Ich hasse dich Ich habe sie nur Ich glaube, das ist ein Teleporter 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 Warum? Warum? Warum sind sie hier? Hilfe! Nein! Oh, sie haben den scheiß Roboter gehört. Nein. Alter. Alter, die sind so scary. Lumi, stelle deine Blutlust. Ich habe dir eine Leiche mitgebracht. Wer ist das? Das ist frisches Blut. Ja, sie trinkt. Gluck, gluck. Nee, ich will jetzt mal wissen, wer das ist. Das ist Bart. Achso, ja. Okay. Jetzt wird hier mal richtig geackert. Wer was erreichen will, muss auch mal richtig ackern. Hallo? Was ist da in der Ecke? Ist da noch was? Nö. Da liegt da noch was? Am Schaft? Ja doch, Franzi, hinten in der Ecke. Boah! Oh mein Gott! Dalu! Nein! Oh, ich habe auch mitgemacht. Ja, stimmt. Ja, es tut mir leid. Alter Tim, du Unmensch, Junge. Mann, ich wusste wieder nicht, dass so ein Scha... Warum gibt es denn sowas? Nimm mal die Schraube jetzt noch. Kannst du die Leiche auch von da oben wegnehmen? Nee. Franzi, es tut mir sehr leid. Warum? Franzi... Das tut mir nicht leid. Das hat er schon seit fünf Minuten geplant. Der wartet das rein. Ich habe... Franzi, wenn du mir gerade zuguckst, ich habe die Schraube angelegt. Franzi, ich wusste gar nicht, dass du so am Chillen bist, Franzi. Warum bist du denn so eine Hängerin? In my room. Ist das krass? Ich habe Franzi jetzt schon mit einem Fire-Exit getötet, mit der Falle. Ja, dann würde ich sagen, kick das Karma, Junge. Hat der Karma bekommen? Ja. Nein. No way, Jen. Oh mein Gott, ja. Ja, Gerechtigkeit. Ist das geil. Und jetzt wirst du der Nächste. Okay, ich renne durch. Nein. Stopp. Boah, das war richtig knapp. Hier ist ein Teleporter. Lassen Sie den Te... Ja. Teleporter. Ich glaube, Jen wurde wo... Was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Dass irgendwas auf dem Boden lang gedingst. Was war das? Was ist? Was ist das? Was ist das? Das ist kleiner... Attack-Roboter, Alter. Das ist wie so ein Staubsauger-Roboter. Das Ding. Hä? Hä? Hallo? Der kann nicht hierher, oder? Der kann nicht hierher, oder? Das ist es nicht mehr als hin genauso wie esгаht. Das ist die tauschelte der Module. Das dauert nicht zur Luderechtigkeit. Hörer ist imbalanced yeah, was ist das podia? Dann sprach direkt, dachte ich, das ist Deutsche Mittelalter für jeden fall. Bist du schnauerei? built up on? Nächstes Mal wieder dabei, wenn diese Chaoten kein Geld verdienen. Yeah! Comment and subscribe. Bye-bye! Ist das so awkward? Ist das so awkward?